Und direkt weiter geht's hier mit Serious Sam 3. Wir haben zwei Artefakte gefunden, von vieren und hier sind ganz viele Äffchen. Monster-Alien-Äffchen. Ja, hier können wir wieder rein durch die Schlüsselkarte, die wir gefunden haben. Boah, die springen sogar hier rein. Grafschlüssel, okay. Fehlt noch eins. Gehen wir mal davon aus, es sei in der Mitte, wo wir waren in der Mitte der Eingang. Ich bin mir total unsicher. Okay, wir waren hier. Stampf, Stampf, Stampf. Wurm. Stampf, Stampf, Stampf. Wow, ich möchte mehr davon. Diese Waffe ist wirklich super. Und wir waren hier drüben. Allerdings konnte man hier mit der Schlüsselkarte noch was aufmachen. Ja, hier war ich doch schon. Ich hab aufgeräumt. Wo kommst du dann her? Ja, da drin ist der vierte. Das ist ja fies. Und dahinter ist einer, wo man keine Schlüsselkarte braucht. Okay, nehmen wir das vierte an uns und schauen mal, was sich hinter dieser mysteriösen blauen Tür verbirgt. Osiris. Spawn. Du kannst jetzt das syrianische Areal betreten. Das werden wir auch direkt tun. Allerdings denke ich, dass wir da so leicht nicht reinkommen werden. Einfach weil diese Waffe so toll ist, erledige ich den jetzt nochmal. Oh, hallo. Hätte ich mir die Munition mal lieber aufgespart. Wow. Hier wird einem nichts mehr geschenkt. Diese Äffchen sind super nervig. Und dann kommen die Dicken hier mit ihren schweren Waschen noch dazu. Okay. So, runter mit uns. Da ist die Tür. Und dann... Ja, genau. Die setzen sich da ein. Und warum hat das eigentlich vor uns noch niemand entdeckt? Ach ja, genau. Wir haben dieses magische Armband gefunden. Genau. Okay, ein Fahrstuhl. Es geht nach unten. Es geht anscheinend sehr weit nach unten. Wow, ist das eine Stadt. Was ist das? Es sieht ein bisschen aus wie eine Stadt mit Lichtern. Und noch mehr Lichtern. Und da sind wir angekommen. Wow, also ein Twitter. Es ist irgendein Gestein. Oder es ist einfach nur Beleuchtung. Oder es ist eine Stadt. Auf jeden Fall sieht es sehr schön aus. Hier alles auch schön gemacht. Super glänzender Boden. Ich glaube, ich möchte hier langsam angehen. Ja. Okay, ihr geht jetzt einfach so auf. Wow, also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich schön gemacht hier. Und eine Zwischensequenz. Okay, ist das eventuell der... Horace ist online und spüren Plasma wie, äh, wie, äh... Das ist unglaublich. Wir haben endlich eine Realität von Sirian Tech-Running. Wir haben alles, was wir kennen von Reverse-Engineering. Aber wir haben noch nie geschafft, dass sie funktionieren. Oh mein Gott, du weißt, was... Quinn, ich bin froh, dass du dich bist. Aber es ist ein Fahrstuhl da mit meinem Namen auf dem. Und wenn ich nicht verstanden bin, wir haben noch eine andere Dinge zu fahren. Oh, genau. Sorry. Okay, the other Power-Generator is over in Luxor. Get that spun up and you can head for the showers. Copy that. Okay, äh, wo ist Luxor? Das ist also einer der Sirianischen Strom-Generatoren für das Timelock, das die Menschheit retten wird. Und so leid es mir tut, aber ich glaube, ich muss hier wieder rauslaufen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann es mir noch ein wenig näher ansehen. Das sieht wirklich sehr geil aus hier. Okay, weiter geht's. Gehen wir wieder raus. Richtig sch... Nein! Oh mein Gott! Bitte lass es danach gespeichert haben. Von mir habe ich die... Nein! Okay, wir sehen uns gleich dort wieder. Okay, also ich habe uns hier nochmal hingespielt. Das war ja nun wirklich sehr peinlicher Tod. Wir fahren wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Und, äh, wow, wir haben 600 Schuss. Das ist sehr nett. Und dann müssen wir jetzt zum Luxor-Generator. Oder zum Generator in Luxor, um Luxor. Ich bin mir aber noch gerade gar nicht sicher, wo der ist. Was haben wir hier? Hörst du auf? Plasma-Generator 1 alias Horus. Okay, das haben wir abgeschlossen. Den haben wir aktiviert. Äh, wo geht's jetzt weiter? Ich habe die zwei... Zwei, drei bösen Jungs hier außen stehen lassen. Beim Hinlaufen. Wo bin ich sie eigentlich durch? Hm? Ist das jetzt verschüttet? Okay, ich bin gerade etwas verwirrt. Hier sieht's aus, als würde es... Ja, hier geht's weiter. Und es wird gespeichert. Wow, warum machen denn die Speicherpunkte... Oh, ein Boss kam. Okay. So, das war alles... Alles von den... Weg! Weg hier. Alles von den Granaten, die wir noch hatten. Okay, also der Boss ist jetzt irgendwie nicht so arg schwer. Ja, ist immer eine Zeit lang unangreifbar. Man kann ihn mit Raketen werfern und... Wie lang ist der unangreifbar? Okay. Autsch. Hallo, Kollege. Lass dich mal wieder verwunden. Aber er macht jetzt nicht irgendwie sonderlich böse Sachen. Wann wirst du denn wieder angreifbar? Oder kann ich dich mit dieser Waffe gar nicht beschädigen? Ja, das sieht fast so aus. Als wäre da unser Maschinengewehr einfach nicht stark genug für. Deswegen ist der Screen da immer. Also oben ist das diese... Fies aussehen tut er ja schon. So, dieser Balken immer grau unterlegt, das wollte ich eben sagen. Weil wir ihn einfach nicht verletzen können damit. Letzte. Ah ja, die bleiben sogar an ihm haften, das ist sehr gut zu wissen. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Also mit C4-Granaten und sonstigem Gelörch kann man ihn besiegen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns dann im nächsten Part... Okay. Bis zum nächsten Mal.